Ein Teilstück meiner Wanderung, also im dritten Video, kann man hier schon mal auf die Eckartalsperre blicken. Und zwar von der Luisenbank aus. Da geht es dann schon hoch Richtung Brocken, aber das, was man dort sieht, das ist noch nicht der Brocken. Hier ist ein Holzhaus, was sich Luisenbank nennt. Hier sieht man die Staumauer sehr deutlich. Gut gefüllt, die Talsperre. War nicht immer so. Hier noch einmal beschrieben mit der Eckartalsperre, was sie für eine Aufgabe und einen Nutzen hat. In 1942 wurde sie fertiggestellt. Dann war sie genau im ehemaligen Grenzgebiet zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Trotzdem hatte sie weiter ihr Nutzen. Und heute ist sie vor allem wichtig für die Trinkwasseraufbereitung von Goslar, Braunschweig und Wolfsburg. Ich laufe jetzt hier auf einer Fahrstraße oder Schotterweg, wie man es auch bezeichnen mag. Das geht jetzt hier Richtung Molkenhaus. Im Stundentakt fährt ja hier auch ein Ausflugsbus. Oder teilweise auch bloß alle zwei Stunden in der Saison. Aber zum Molkenhaus muss ich sagen, diese Gaststätte hat leider momentan geschlossen bis auf unbestimmte Zeit. Und das ist schade. Denn das liegt genau in so einer Ecke, wo man dann auch mal einkehren könnte nach langem Laufen, wenn man dann auch weiter will Richtung Grabenklippen und Richtung Bad Harzburg. Das ist schade. Naja, wir können das leider nicht ändern. Ein Steinkreuz hier. Das soll erinnern an die im Ersten Weltkrieg gefallenden Staatsbeamten in der Forstwirtschaft. So lange wird das hier sicherlich denn auch stehen. Dort das Eiserne Kreuz. Hier sieht es so aus, als würde hier mal einen Aussichtspunkt entdecken. Hier schaut man wahrscheinlich in dieses Äckertal runter, die sich hier tief unten befindet. Tief hinab. Rauscht es ja auch. Hier hätte man vielleicht auch noch eine Bank aufstellen können zum Verweilen. Na gut, man kann ja auch hier sitzen auf so eine Felsvorsprünge. Bzw. jetzt habe ich da auch eine Bank entdeckt. Dort. Schön hier. Oberhalb des Äckertals. Hier so eine schöne Bergwiese, wo man dann hinab schaut Richtung Äckertal und dann wieder dort drüben die aufsteigenden Berge. Alles ist schon schön hier. Dort ein Hochstand für die Wildbeobachtung. Ja. Der Braunschweiger Weg nach der Dreiherrenbrücke. Erbaut 1907. Na gut, das ist ein Weg, auch Bestandteil des Luchsweges, zum Brocken. 9 Kilometer und auch hier lang kann man wandern zum Äckerstausee. Logischerweise vom Anfang des Äckerstausees bis zum Brocken sind es dann nochmal 6 Kilometer. Ja. Und ich wandere jetzt noch Richtung Molkenhaus weiter. Ja. So sieht es aus hier oberhalb von Bad Harzburg. Und auch noch gut zu wissen hier auf dieser Wanderung. Hier findet sich ein Kinderspielplatz. Falls es den Kindern mal zu langweilig wird. Die Erwachsenen, die können sich dann hier ausruhen. Auch nicht schlecht. Hier in der Nähe des Molkenhauses könnte man sagen, befindet sich eine Wasserscheide. In östliche Richtung fließen hier die Bäche sozusagen in die Äcker rein. Und in westliche Richtung die Bäche und Flüsse dort in die Radau. Und dazwischen liegt im Prinzip das Molkenhaus. Ja. Immer gut zu wissen. Das ist wirklich interessant hier. Richtig ein kleiner Wasserfall. Wunderschön. Und noch eine Grillhütte. Hier. Ja. Hier darf zwischen 10 und 18 Uhr tatsächlich gegrillt werden. Außer bei hoher Waldbrandgefahr da natürlich nicht. Wir befinden uns jetzt hier im Prinzip schon am Molkenhaus. Schaukeln mit Aussicht. Schaukeln erwünscht. Schaukelt man drin und dann kann man so wunderschön auf den Teich gucken. Zunächst aber hier mal ein Blick auf das Molkenhaus. Eigentlich Gastwirtschaft, aber ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Leider geschlossen. Ja. Ein wunderschöner Teich hier. Und dann kann man sich hier auf diese Schaukel setzen. Das ist ja geil hier. So. Und dann stößt man sich ab. Zack. Und dann schaukelt man und blickt wunderschön auf den Teich. Schaukeln mit Aussicht. Tja. Und mit dieser Schaukelei sollte jetzt das insgesamt zweite Video von Wandern im Harz dann zu Ende gehen. Vom Radau-Wasserfall zum Molkenhaus. Und tschüss. Tja. Tja. Tja.